Hier seht ihr einen römischen Denar geprägt 202 bis 205 nach Christus. Er zeigt Plautilla, die im Jahr 202 nach Christus Caracalla heiratete. Doch durch eine Intrige Caracallas und seiner Mutter wurde der Vater von Plautilla am 22. Januar des Jahres 205 hingerichtet und sie selbst nach Lipara verbannt, bis sie dann schließlich im Jahr 211 auf den Befehl Caracallas ebenfalls hingerichtet wurde. Trotz ihrer kurzen Darstellung auf römischen Münzen sind diese gar nicht so selten, wie man vielleicht denkt. Auf diesem Denar seht ihr Venus nach links stehend mit der Umschrift Venus Victrix. Der Wert dieser Münze liegt bei ca. 20 Euro.